Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit eurem Count Muku. Ja, es geht hier weiter in den Untiefen von Minecraft und Goldhuts dort unten, wie wir gesehen haben. Leitern wären schön. Doch, das kann ich wohl vergessen, aber dazu hat Notch die Erde erfunden. Na gut, nicht wirklich er, aber ist ja egal. Irgendeinen Abstieg werde ich hier ja wohl machen können, ohne gleich drauf zu gehen. So und so. Bingo! So, hoffe ich finde das Teil wieder, sonst... Ah, ah. Okay, langsam verstehe ich die Verbindungen hier. Ja, und ihr checkt wahrscheinlich noch gar nichts. Wenn ihr nicht aufgepasst habt in den letzten Folgen... Äh, um genau zu sein, in den letzten weiss ich noch wie vielen Folgen, weil ich war ja schon öfters hier oben und nicht nur letztens. Am Schluss werden wir sehen, dass ganz Minecraft unterhöhnt ist. Dies ist ja im Prinzip auch... Gut, nicht so stark, wie man annehmen könnte, aber doch recht heftig. Uh, lava. Hier müssen wir vorsichtig sein und vor allem mal etwas essen. Erde bietet sich dann natürlich extrem gut an. So, nicht wundern, dass ich immer in den Sneak-Modus gehe. Ist irgendwie so eine Angewohnheit. Und Fucken sollten wieder her. Fucken, kommt her. über und hier nicht alles was glänzt ist Gold aber das hier schon ich weiß genau schon wer diesen Spruch wahrscheinlich zum tausendmal gehört hat und ihn vielleicht gar nicht mehr nervt oder vielleicht doch noch wenig sind diese Aussage aber egal Eisnerz Eisnerz U nein 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 das ganze vergessen Junge das ist schon mal besser und rauf 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 aber vorsichtig nicht in die Lava dort unten rein und ab kapseln und wie sieht es mit der Lava-Verteilung hier aus bleibt die so oder bleibt die nicht so ich glaube die bleibt so und wenn nicht sind wir ziemlich am Arsch eine Schlucht die wir noch nicht erkundet haben am Grunde der Welt von Minecraft mit Kohle und noch mehr Kohle und Stein ja ihr erinnert euch ich wollte eigentlich nur für Cobblestone hier rein und nicht grosse Abenteuer erleben und was passiert scheiße kann das einfach nicht lassen ja ja der gute alte Kampmuko wieder mal sobald er in eine Höhle geht sieht ihr dass eine Menge Viecher auf ihn zukommen und Spannend Spannend Schießen Spannend Schießen Momente sie wir utilizieren um 10 ausstobenen meine Kraft Menschen oder was auch immer wo Haube Abstand Haube ab 3 und hier wieso können die Leute eigentlich nie auf einen Höhlen das wäre doch viel einfacher er müsste nicht sterben und ich ja könnte es gemütlicher nehmen hier durch die Höhle respektive durch die fette Schlucht und noch mehr Zombies Na wie geht's denn euch so Uhr die Mütlich Kau okay meine Goldgier sollte inzwischen ein bekannt sein ich sollte es umbenennen Let's Gier nach Gold das wäre ja auch mal ein lustiger Name ich glaube die Schlucht ist hier allerdings bald schon vorbei und ja ich weiss ich habe dort Lapis Lazuli übersehen respektive nicht abgebaut sie haben es denn nicht von ZSK erwähnen können wo ist es denn hier Diamanten leider nicht aber was will man auch erwarten hier okay okay es lag bis Lazuli vom Anfang der Höhle sollte ich mir auch noch krallen hier gibt es doch so so viele Abzeigungen und Zombies oh man hier muss man ja echt vorsichtig sein am Grunde der Welt und wir sind ja noch nicht am Ende angekommen denn das Ende werden wir erst entdecken wenn wir eine Festung gefunden haben und wie findet man eine Festung durch ein Ender Auge das wir zu werfen versuchen dazu brauchen wir allerdings zuerst eines und nein es geht nicht mit den Ender Pearls auch wenn schön wer ist wenn man die Verwenden könnte weil man brauchte diese zum Kroften von den anderen Dingen wie ich diese Missviecher Ego bis jetzt wollen die ja nie ein riesen Problem Prozent Ehm ja aber so essen wir langsam zum Problem Kofi gibt es keine Vergiftung wenn wir hier rohe Sachen in uns rein pfeffern ja ich hab gesehen wir hätten noch etwas gebratenes gehabt ja wir haben eine Vergiftung durch hühnchen Fleisch bekommen yeah und wir kommen hier kaum vorwärts ahhh los mach renn Steve renn die Minecraft Animation immer wieder spannend mal schauen ob die mal wie von vielen Spielern gewünscht eine Schwimm-Animation einbauen und so ein Zeug wenn ich halt die Animation wäre wenigstens was Kriper Halt Abstand und explodieren nicht immer so schnell na gut unser letztes Fleisch ich weiss nicht ob das eine gute Idee war hier rein zu gehen noch mehr und noch mehr äh ok nein das könnt ihr jetzt gleich mal vergessen vielleicht komme ich später wieder mal aber das ist mir etwas too much und jetzt sollten wir direkt zurück die Frage ist nur wie Skelett ausweichen und rein! Da haste! Du mieses Ding! Wenigstens gibt es wieder Pfeile! War das hier unser Abgang? Ich glaube ja! Redstone! Da habe ich inzwischen mehr Redstone als Cobblestone gefunden. Ist ja extrem. Da muss ich wohl auch noch was mitmachen mit Redstone. Allerdings wird das so schnell nicht passieren, da ich ja auf eine mittelalterliche Welt setze und da Redstone eigentlich ziemlich unpassend ist. In den meisten Situationen, du verfluchte Spinnen! Ja, das nennen sich Reflexe, meine Freunde! Und zwar ziemlich gut, ohne rumprallen zu wollen. So, wie sieht es mit den Steinen aus? Eigentlich nicht so genial, wie es sein sollte. Aber das sollte auf jeden Fall ausreichen für unsere Bäckerei! Lalalalalalalala! Schwimm nach oben! So, merkt doch dieses Bild gut! Und später, etwa 200 Folgen! Solltet ihr wieder mal reinschauen und vergleichen! Das wäre sicher noch interessant! Gut, bis diese 200 Folgen durch sind, geht es noch ein wenig, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Es gab ja letztens auch wieder eine kleine Aufnahmepause von dieser Session hier. So, und das war wieder Let's Play Minecraft mit eurem Count Moku! Bis zum nächsten Mal! Bye! 6 7 classrooms Prozent Untertitelung des ZDF, 2020